Die ersten Hunde gehen zurück. Es war ein unglaublich heißer Tag, ist es eigentlich kaum zu beschreiben. Auf diese Hündin habe ich sehr viel Zeit verwendet heute. Die war dermaßen skeptisch, bis die mir in die Falle gegangen ist. Und die lasse ich jetzt halt auch als erstes wieder raus. Die ist mega gestresst. Alter Verwalt. So Mädel. Alles Gute. Ja, hier kennst du dich aus. Genau hier bist du eingestiegen. Also wenn wir jetzt nicht immer noch 40 Grad haben um, ich weiß nicht, Viertel nach sechs oder was, was wir jetzt haben, kurz vor sechs. Dann weiß ich es auch nicht. Ja, Nige ist hier, gehört hier an die Therme. Dann lasse ich jetzt noch einen weiteren Rüden frei. Drei Hündinnen haben wir gerade auch noch gefangen hier. Und heute Morgen am Kieswerk, ich weiß es gar nicht, sechs, glaube ich. Und mir fehlt auch gerade der Überblick. Ich muss jetzt hier erstmal weiter. Ich weiß, dass ich nicht so Sah��-Türfen. Okay, dann geht's mir такая, was indicatorsами? Okay. Also werden wir gerade bei mir Fl day, dann兩 Jahr der láomas und mir die so extra F Motivator.